Könntest du gerne mit Alexander und deinem Leben als Christian tauschen? Ja. Kannst du singen? Nee. Ah, schade, sonst hättest du dich bewerten können. Nur ein Katz. Hält mich mal in Hause, nö. Nö. Festgesin, ne Teddy? Ja. Ne, ne, ne. Mö. Vielleicht bei der zweiten Staffel? Nimm doch das Blaue, nö. Das ist ja auch nie weiß. Das ist ja auch nie weiß. Ja. Das ist kein Sinn, wie du siehst. Nee. Nicht? Nein. Ich glaube, es sind eine... Ich... Nein. Varn Muy gut.